Equip und mach den Leiternzwerd! ZWEI FULL EQUIPPS! Du musst eintreffen, Digga! Du hast ne scheiß Eisenpick, Yitoku! Darum können wir keinen Bogen machen, Digga! Hoffentlich verlieren wir ins Bett, Digga! No joke, no front, no cap! Ja, voll! Nice! Was warst du denn wohl mit 3? Äh, am Schwamm springen? Ne, stimmt! Der Bogen ist halt viel früher oben, weil der geht jetzt gleich schon oben! Ja, ich bin gleich schon besser! Ja, der Bogen ist schon hochgelaufen! Ne! Brauch mal Essen oben! Ja, ich hab kein Essen! Ich hab auch kein Essen! Kannst du mehr mitnehmen, Moritz? Ja, ich bin! Soll er hier direkt ganz alles mitnehmen oder was? Ja, ganz Afrika! Weißt du, wo ich Moritz kenne? Felt sie! Ja, und EP 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 EP! Ja, die kommt gut auf ihn! Ey, der holt mich! Ah, hier ist es mit viel! Der springt auf Bett einfach! Der noch nicht! Optif! Der kriegt ja noch nicht! Der ist so schlecht! Ich hab ja gar keinen Optif ein, Digga! Da hast du! Zoom auf C! Dicke Harman, wie soll ich so spielen, Junge? Job! Einfach dein Ding wieder rein! Das hab ich! Ja, was der Problem! Job ist immer V! Job ist immer V! Job ist immer V! Was? Es gibt mehr Virus und sowas! Ehrlich? Ja, viel mehr! Geh nicht auf Bett! Geh nicht auf Bett! Geh nicht auf Bett! Oh fuck! Hier ist ein Rücken! So! So! Ja, haben sie! Ja, mach, 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 mach! Los! Seh nicht! Nein! Nein! Oh mein Gott! Alter, war das knapp, Digga! Kann ich kurz AFK gehen? Wir haben eh oben, oder? Ja! Okay!